Der Meta, vielleicht der zweite Traktor im Finale. Ein bisschen Ruhe in der Mittagspause, das ist schön. Bevor wir es dann gleich richtig kraken lassen, nach dieser Klasse. Junge, 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 ist das ein Traktor in der Next Sensation bei Trappauer. Er spielt mit dem Ranswagen und dem Gas. Ja, er kann mal locker bei 70 Meter vom Gas gehen, nochmal kurz die Bumpe aufreißen und fliegen über die 100 Meter. So sieht das dann in Europas Spitzenklasse aus. In unter 10 Sekunden geht er über die 100 Meter.